In diesem Video zeige ich euch, wie man Schraffuren bearbeiten kann, also das Muster einer Schraffur zum Beispiel ändern. Und dazu zunächst einmal die Frage, wo sind eigentlich die Schraffuren gelagert, wo kann ich Zugriff auf Schraffuren haben und wo kann ich sie dann auch entsprechend bearbeiten. Was wir hier sehen, ist das Grundrissfenster und im Grundrissfenster gibt es ein 10x10 Meter großes Quadrat, was im Maßstab 1 zu 100 dargestellt ist und mit 100% Darstellungsgröße und eine Schraffur zugewiesen bekommen hat, die heißt Mauerwerk MW Vormauerziegel und dabei handelt es sich um eine Vektorschraffur. Ich hatte gezeigt in meinem anderen Video Schraffuren zeichnen, wie man jetzt die Schraffur ja auch umstellen kann, das ist aber heute nicht das Thema. Also, wo sind jetzt die Schraffuren gelagert? Der wichtigste Menüpunkt an der Stelle ist immer Option Element Attribute. Dort findet ihr alle Attribute eures Dokuments, eures Projekts, wie zum Beispiel Ebenen, Stifte, Farben, Linien, Schraffuren, Oberflächen, Materialien, Baustoffe etc. zum Editieren. Das heißt, wenn ihr jetzt hier drauf geht, dann seht ihr die Liste der Schraffuren, bzw. ihr seht nicht die Liste der Schraffuren, ihr seht die Bearbeitungsmöglichkeit für eine Schraffur. Wenn ihr auf dieses Menü geht, seht ihr die Liste der Schraffuren. Diese Liste ist projektspezifisch, das heißt, es gibt pro Projekt eine definierte Liste von Schraffuren und das ist die jetzt für das voreingestellte frische Archicad-Projekt, was sich öffnet, wenn ich Archicad also zum ersten Mal starte. Was man hier sehen kann, ist, dass es so eine Art Unterteilung gibt in Massivschraffuren, Vektorschraffuren, Symbolschraffuren und Bildschraffuren. Der wichtigste Unterschied zwischen diesen vier Typen ist, wie man sie bearbeiten oder ändern kann. Wir hatten jetzt also die Vektorschraffur Mauerwerk-Schraffur-Ziegel und da sieht man jetzt, dass man da alles Mögliche ändern kann. Das ist der eine Punkt, wo man also Schraffuren anschauen und ändern kann. Es gibt noch einen anderen Punkt, wo Schraffuren aufgelistet werden, was auch nicht ganz uninteressant ist, weil es eine andere Art der Darstellung ist. Das ist dem neuen Attributemanager von Archicad22. Der ist hier auch im Optionenmenü abgelegt. Vielleicht an dieser Stelle meinen Hinweis nochmal auf meine eigene Symbolleiste, meine eigene Arbeitsumgebung, die ihr auch installieren könnt, wenn ihr dem Link unten in der Beschreibung folgt. Ich habe mir den Attributemanager auch in meine Symbolleiste gelegt. Nicht, dass es wirklich sehr umständlich ist, ihn über dieses Menü zu erreichen, aber es ist halt ein bisschen weniger Zeigerbewegung und deswegen habe ich hier einen Button eingefügt und da kann ich auch direkt draufklicken. Dieser Attributemanager ist in Archicad22 ein bisschen aufgeräumt und besser als in Archicad21. Wenn man da auf die Schraffurliste geht, dann sieht man eine andere Sortierung. Dort sind die Schraffuren ganz offensichtlich nach ihrer Indexnummer sortiert und sie sind auch gekennzeichnet danach, ob sie im Projekt benutzt werden, in bestimmten Oberflächenmaterialien oder Baustoffen. Außerdem sieht man für jede Schraffur angezeigt, für welche Schraffurkategorie sie verfügbar ist. Wir haben drei Schraffurkategorien, im Prinzip Zeichnungsschraffur, Deckschraffur, Schnittschraffur. Das ist einfach der Einsatzzweck von Schraffuren in einem BIM-Projekt. Also Zeichnungsschraffur ist klar, das ist also eine reine 2D-Veranstaltung. Die Oberflächendarstellung betrifft dann die Oberflächenmaterialien vor allen Dingen, die wiederum in den Baustoffen stecken. Und im Baustoff haben wir dann zusätzlich auch die Schnittschraffuren, die eben angeben, wie der Baustoff aussieht, wenn er geschnitten ist. Und man muss sich das jetzt so vorstellen, es gibt eine Gesamtliste von Schraffuren in einem Projekt und ein Teil davon ist jeweils als Zeichnungsschraffur verfügbar, ein Teil ist davon als Deckschraffur und ein Teil ist als Schnittschraffur verfügbar. Das ist im Grunde genommen nur so eine Art Ordnungsgedanke, dass nicht alle Schraffuren immer für alles zur Verfügung stehen, weil es vielleicht auch gar keinen Sinn ergibt. Das ist die Darstellung der Schraffuren im Attributemanager. Das wollte ich der Vollständigkeit halber mal zeigen. Ich habe jetzt also gezeigt, wo die Schraffuren überhaupt gelistet sind und wo man auch Zugriff auf diese Schraffuren hat, um sie bearbeiten zu können. Jetzt geht es darum, eine Schraffur wirklich zu editieren und zwar möchte ich als allererstes zeigen, wie man die Maßstabsabhängigkeit einer Vektorschraffur umstellt. Das zeige ich gleich, was das bedeutet. Zunächst nochmal zur Erinnerung, wir haben hier ein 10x10 Meter großes Rechteck, Maßstab 1 zu 100 und 100% Darstellungsgröße. Dieses Rechteck hat die Schraffur Mauerwerk Vormauerziegel, also MW Vormauerziegel. Das ist eine Vektorschraffur. Was mache ich? Ich gehe in meine Schraffurliste. Ich habe ja hier oben den Button in meiner Symbolleiste. Ich könnte auch den Befehl aus dem Optionenmenü nehmen. Dort sehe ich jetzt meine Schraffur angezeigt. Wenn nicht, müsste ich sie extra suchen. Die Geschichte, die ich jetzt ändern möchte, ist das da unten. Das zeige ich dann gleich. Aber, ganz wichtig vorab, ich mache das nur in einer Kopie dieser Schraffur. Ich arbeite also nicht an den Originalattributen meiner Archicad-Datei. Das mache ich aus Prinzip nicht. Ich mache immer ein Duplikat, was ich entsprechend kennzeichne. Das läuft dann so, dass ich hier auf Neu klicke und die Option Duplizieren wähle. Die ist auch voreingestellt. Und statt das jetzt Mauerwerk-Vormauerziegel-Kopie zu nennen, setze ich da mein Kürzel hin, HS. Das mache ich immer in diesen Fällen, weil dann immer gleich klar ist, das stammt von mir. Es gibt keine Verwechslung mit irgendwelchen Originalattributen. Ich klicke jetzt auf OK. Und jetzt habe ich diese Kopie. Das heißt noch nicht, dass mein bestehendes Rechteck jetzt diese neue Schraffur hat. Das ist ja logisch eigentlich. Aber ich habe jetzt eine Kopie angelegt. Ich müsste es dann gleich entsprechend ändern. So, jetzt, was wollte ich aber eigentlich machen? Ich wollte eigentlich die Maßstabsabhängigkeit und Unabhängigkeit hier mal betrachten. Wir haben im Moment eine Maßstabsunabhängigkeit. Das heißt, ich habe immer den gleichen Abstand von 2 mm meiner Schraffurlinien, egal in welchem Maßstab dieses Schraffur dargestellt wird. Das bedeutet Maßstabsunabhängig. Das heißt also, 2 mm sind 2 mm. Egal, ob dieses Rechteck dann demnächst im Maßstab 1 zu 1000 dargestellt wird, also 10 mal so klein ist oder eben größer, also 1 zu 50, 1 zu 20, was auch immer. Das ist natürlich super, dass die Schraffur immer gleich groß ist. Das ist auch deswegen die Voreinstellung. Wenn ich das jetzt umstelle in Maßstabsabhängigkeit, dann würde sich sozusagen die Linienzahl nicht ändern, wenn ich den Maßstab ändere. Das werden wir dann gleich sehen, wie das funktioniert. Ich habe jetzt also nichts anderes getan, als die Maßstabsunabhängigkeit auf Maßstabsabhängigkeit zu ändern. Und jetzt klicke ich auf OK. Jetzt, wie gesagt, ist das ja noch die alte Textur. Also, ich tausche das jetzt aus gegen die Mauerwerk-Vormauerziegel HS. Es ändert sich zunächst mal nichts. Wenn ich jetzt auf den Maßstab 1 zu 1000 gehe, dann ist das genauso. Wenn ich das jetzt größer mache, seht ihr, dass da wieder die gleiche Zahl von Linien zu sehen ist. Wenn ich auf 1 zu 10 gehe, das ändert sich natürlich immer die Zoom-Darstellung, habe ich wieder die gleiche Anzahl von Linien. Das ist sozusagen das, was passiert, wenn ich die Schraffur auf Maßstabsabhängig stelle. Das heißt, die Schraffurdichte ist immer die gleiche. Wenn ich jetzt wieder auf meinen, ich schalte mal wieder auf 100% und habe den Maßstab 1 zu 100. Jetzt nehme ich wieder meine Original-Schraffur. Die war ja Maßstabsunabhängig. Das heißt, die war immer gleich groß. Wenn ich da jetzt den Maßstab ändere, zum Beispiel auf 1 zu 1000 wieder, dann sehe ich, dass der Abstand der Linien der gleiche ist. Das Rechteck ist kleiner geworden, weil es eben 1 zu 1000 ist, bei 100% Darstellungsgröße. Aber der Abstand ist gleich geblieben. Wenn ich jetzt auf 1 zu 10 gehe, ist es wieder so. Der Abstand ist gleich geblieben. Ich bin immer noch bei 100% Darstellungsgröße, aber in einem anderen Maßstab. Also das ist das Erste, was ihr verstehen müsst. Schraffuren können maßstabsabhängig oder unabhängig sein. Und das kann man auch entsprechend ändern. Jetzt kümmere ich mich um ein paar andere Einstellungsmöglichkeiten. Ich stelle noch mal für mein Rechteck das von mir eingestellte Duplikat ein. Also MWV Mauerziegel HS. Und gehe jetzt zu den entsprechenden Einstellungen. Muss ich noch auswählen. Jetzt habe ich gesagt, Maßstabsabhängigkeit, Unabhängigkeit habe ich erklärt. Ich stelle das jetzt auch mal wieder zurück auf Maßstabsunabhängigkeit. Also im Grunde genommen ist es jetzt die gleiche Schraffur wie das Original. Und jetzt ändere ich aber etwas anderes. Ich ändere jetzt hier die Schraffurweite ganz grundsätzlich. Also ich sage jetzt, dass es statt 2 mm Abstand immer 4 mm sein sollen. Man sieht jetzt auch, wenn man das beides ausfüllt, dass es dann hier in diesem Fenster größer wird. Das wird upgedatet. Ich kann das hier auch auf 100% stellen, wenn ich das möchte, um sicher zu gehen. Ich kann natürlich auch noch eine ganz andere Schraffurweite einstellen. Wie zum Beispiel 8, also eine richtig grobe Schraffur. Und wenn ich das jetzt hier auf OK klicke, dann sieht man, wie sich das hier ändert. Ich kann natürlich auch das wieder zurückstellen auf 2 mm und dann hier den Winkel ändern. Ich kann zum Beispiel sagen, dass das minus 45 Grad sein sollen. Dann geht es andersrum. Auch das kann ich wieder rückgängig machen. Und wieder auf 45 Grad stellen. Was ich auch noch machen kann, ich kann sagen, dass diese Vektorschraffur, die diese 45 Grad Linien hat, auch für Deckschraffuren zur Verfügung stehen sollen. Das ist im Moment abgeschaltet, das heißt für Oberflächen. Im Moment ist diese Schraffur nur für Schnittschraffuren verfügbar. Was Sinn ergibt, denn es ist eine diengerechte Schnittschraffur für Mauerwerk und natürlich auch für die normale 0815 2D Zeichnungsschraffur. In der Bildschirmdarstellung, Ansicht Bildschirmdarstellungsoption, kann man sagen, ich möchte gerne die Vektorschraffur nicht vektoriell darstellen lassen. Das heißt, man kann hier draufklicken. Und in dem Fall zeigt Archicad irgendwas anderes an, nämlich die sogenannte Bitmap Schraffur. Und das ist das, was man hier oben sieht. Das ist dieses komische Bildschirmmuster. Ich könnte jetzt hier noch weitere Punkte reinmalen. Und wenn ich jetzt auf OK klicke, dann sieht man, dass die jetzt auch hier erscheinen. Meiner Erfahrung nach spielt das keine Rolle mehr heutzutage. Ich wollte nur sicher sein, dass ihr wisst, um was es hier geht. Eigentlich braucht ihr darauf nämlich gar nicht zu achten. Nehmen wir mal an, diese Schraffur wird jetzt gedreht. Drehen wir sie mal nicht um 45 Grad, sondern um einen allgemeineren Winkel. Dann könntet ihr ja jetzt versucht sein zu sagen, ich möchte gerne, dass die Schraffur wieder 45 Grad bezogen auf dieses gedrehte Rechteck hat. Deswegen ändere ich jetzt den Schraffurwinkel an dieser Stelle. Das wäre aber nicht richtig, denn ich würde immer diesen voreingestellten 45 Grad Winkel, wenn er dann typisch ist für diese Schraffur, an dieser Stelle auch lassen. Das macht ihr anders. Da gibt es den Befehl, den hatte ich euch in dem anderen Video Schraffur und Zeichnen gezeigt, dass ihr die Konstruktionsmethode auf relativ zum Schraffurursprung schaltet und dann entsprechend den Winkel dieser Schraffur manuell anpasst an den Winkel dieses gedrehten Rechtecks. Also nicht, dass ihr auf die Idee kommt, eine Schraffur-Ausrichtung nur deswegen zu ändern an dieser Stelle, weil eure Schraffur-Fläche gedreht ist. Ich hatte eben gesagt, dass sich die Schraffurtypen, Massivschraffuren, Vektorschraffuren, Symbolschraffuren und Bildschraffuren in Archicad vor allen Dingen dadurch unterscheiden, wie man sie editieren oder bearbeiten kann. Ich hatte gezeigt, wie das bei der Vektorschraffur aussieht. Ich hatte dort gezeigt, dass man die Schraffur weiter ändern kann, den Winkel ändern kann und die Maßstabsabhängigkeit umschalten kann. Also man kann quasi vorhandene Schraffuren so ein bisschen bearbeiten. Bei der Symbolschraffur sieht das Ganze deutlich anders aus. Die Symbolschraffur erlaubt nämlich, dass ich ein Modul zur Mustererzeugung einfüge und dadurch ein eigenes Schraffurmuster schaffen kann. Ich zeige gleich, wie das funktioniert. Gleich wie bei der Vektorschraffur ist die Verfügbarmachung für die verschiedenen Schraffurkategorien, Zeichnungsschraffur, Deckschraffur und Schnittschraffuren. Was auch gleich ist, ist die Klärung der Maßstabsabhängigkeit. Auch hier kann ich umschalten zwischen Maßstabsabhängig und Unabhängig. Und auch hier kann ich das grafische Muster meiner Schraffur sozusagen skalieren, allerdings deutlich umfangreicher als das bei der Vektorschraffur ging. Um jetzt zu zeigen, wie ich eine eigene Schraffur einfügen kann oder erzeugen kann, klicke ich mal auf Abbrechen und zeichne mal etwas. Dazu nehme ich das Spline-Werkzeug, zeichne damit irgendeine Figur. Leider kann man in Archicad nicht eine mit dem Spline gezeichnete Figur auf diese Weise zu einer Schraffur machen. Ich muss das Ganze mit dem Kreisbogen-Werkzeug nachfahren, mit dem Zauberstab, Leertaste. Und jetzt wähle ich die Kreisbögen alle aus und drücke STRG-C, gehe zurück in meine Schraffuren. Und dort muss ich jetzt zunächst mal Folgendes machen. Ich muss eine Symbolschraffur, irgendeine, nehmen. Zum Beispiel diese hier. Und die durch Duplizieren erstmal zu einer neuen Schraffur machen. Neu, Duplizieren, Fliesen. Ich nenne das Ganze mal Test Schraffur 1HS. Und da ich ja jetzt was Eigenes haben möchte, klicke ich jetzt auf Einfügen. Dann erzeugt mir Archicad aufgrund meines gezeichneten Kurvenmoduls ein solches Muster. Ich kann das Ganze auch kleiner darstellen lassen. So sieht das also aus. Man sieht auch das Muster selbst durch den gelben Hintergrund ganz gut. Was ich jetzt noch machen kann, ich kann hier den Abstand vergrößern und einen Versatz einstellen. Ich nehme jetzt mal hier zum Beispiel 9. Dann seht ihr, wie das auseinanderrückt in X-Richtung. Jetzt mache ich hier noch 5 hin. Dann rückt das Ganze auch in Y-Richtung auseinander. Ich kann auch einen Versatz einstellen von, sagen wir mal, 0,5. Und das kann ich hier auch machen, 0,5. Ja, das ist nicht so dramatisch. Ich kann das auch deutlicher machen mit einem sehr großen Wert. Und ich kann vor allen Dingen den Abstand auch verkleinern auf zum Beispiel 6. Dann seht ihr, wie sich das überlagert. Und jetzt kann ich hier auch nochmal 2 einstellen und hier auch einen kleineren Abstand einstellen, wie zum Beispiel 3. Und dann überlagert sich das Ganze so. Vielleicht ist das ein bisschen viel. Nehmen wir mal 4. Und dann sieht das Ganze so aus. Jetzt habe ich hier also irgendein Fantasiemuster erzeugt. Ich könnte jetzt hier auch noch den Winkel ändern auf 90 zum Beispiel. Dann ist das Ganze so gedreht. Ich habe jetzt eine neue Schraffur erzeugt. Die heißt Test Schraffur 1 HS. Ich möchte gleich, dass die auf einer Bauteiloberfläche zu sehen ist. Deswegen muss ich ganz klar hier oben verfügbar für Deckschraffuren aktivieren. Also klicke ich auf OK. Jetzt mache ich als nächstes mithilfe dieser neuen Schraffur eine Oberfläche. In meinem Video Baustoffe und Oberflächenmaterialien gehe ich da sehr genau darauf ein, was ist eigentlich eine Oberfläche. Man könnte allgemein sagen, wenn ich möchte, dass eine solche Schraffur auf einer Wandaußenfläche zu sehen ist, dann muss diese Schraffur eingepackt werden in ein Oberflächenmaterial. Und das ist das, was ich jetzt mache. Auch hier nehme ich ein Material, was vielleicht dem Ganzen ähnlich sieht. Nehmen wir mal zum Beispiel Farbe Hellgrün. Und diese Farbe Hellgrün hat keine Schraffur. Das kommt dann gleich. Sie hat aber eine Farbe, nämlich grün. Und sie hat auch keine Bitmap-Textur. Das ist auch schon mal gut, denn das möchte ich auch nicht. Wenn es eine gäbe, würde ich sie mit dem Befehl Textur entfernen hier rausnehmen. Also was möchte ich machen? Ich möchte dieses Oberflächenmaterial vor allen Dingen duplizieren, denn ich möchte ja ein eigenes haben. Neu, duplizieren. Ich nenne das Ganze Test Oberfläche. 1HS, klicke auf OK. Jetzt habe ich also eine neue Oberfläche erzeugt, die jetzt meine neue Schraffur, die auch so einen Namen mit Test hat, Test Schraffur 1HS, übernimmt. Ich sehe die nicht in der Vorschau. Das macht auch nichts. Ich klicke jetzt auf OK und habe jetzt eine neue Oberfläche. Jetzt brauche ich ein Wandrechteck. Das Wandrechteck soll monolithisch sein. Darf aus irgendeinem Baustoff bestehen. Das ist egal. Und ich zeichne das mal so dahin und schaue mir das im 3D-Fenster an. Jetzt möchte ich gerne, dass dieses Wandrechteck überschrieben wird. Es besteht ja aus dem Baustoff Mauerwerk Kalk Sandstein. Was weiß ich. Ich gehe jetzt auf die Wandeinstellungen und sage hier Oberflächen bitte überschreiben. Und zwar alle mit der gleichen Oberfläche, dem gleichen Oberflächenmaterial. Und wähle jetzt hier meine neue Test Oberfläche 1HS aus. Um jetzt zu sehen, wie die Schraffur auf dieser Wand aussieht, muss ich noch meine 3D-Darstellung von OpenGL umschalten auf die vektorielle 3D-Engine. Weil nur dann kann ich eine Schraffur sehen auf einer Oberfläche im 3D-Fenster. Deswegen gehe ich auf 3D-Stile, einfache Schattierung, Vektor. Und siehe da, da ist meine Schraffur. Noch einmal ganz kurz rekapituliert. Ich habe eine neue Schraffur erzeugt, und zwar eine neue Symbolschraffur, weil die mir eben erlaubt, ein eigenes Muster zu importieren. Dann habe ich diese Schraffur in eine Oberfläche, in ein Oberflächenmaterial gesteckt. Auch ein neues, was ich selbst erzeugt habe, durch Duplizieren. Und habe dann die Oberflächen eines vorhandenen Wandrechtecks überschrieben mit dieser neuen Oberfläche. Und das ist das, was ich jetzt hier sehe. Das ist nämlich meine Schraffur. Das heißt auf gut Deutsch, ihr könnt jede Oberfläche eines BIM-Modells mit einer beliebigen Zeichnungsschraffur belegen, die aus einem von euch selbst gezeichneten Zeichnungsmodul besteht. An dieser Stelle will ich ein kleines Thema ansprechen. Und zwar haben wir jetzt ja hier eine Textur auf diesem Wandmodell. Und die Textur ist ja klar erkennbar in ihrer Grafik. Jetzt kann es aber sein, dass die Grafik falsch liegt, sozusagen, auf dem Modell. Da ist jetzt die Frage, welche Richtung hat die Schraffur und welchen Ursprung hat sie vor allen Dingen. Und da gibt es jetzt einen Befehl, der ganz wichtig ist, den ihr kennen solltet. Der heißt 3D-Textur. Und man kann jetzt sagen, ich möchte gerne bei dieser 3D-Textur den Ursprung bestimmen. Ich kann jetzt also zum Beispiel irgendwo hinklicken. Und dann wird sozusagen der Ursprung der Schraffur, was immer das jetzt genau ist, an diese Stelle gelegt. Das ist jetzt bei dieser Schraffur gar nicht so besonders klar, was das heißt. Wir werden gleich bei einer anderen Schraffur, bei einer Ziegelgrafik, sehen, dass das extrem wichtig ist. Jetzt ist noch die Frage, wo ist überhaupt dieser Befehl eigentlich? Bei mir ist er ja in meiner eigenen Symbolleiste, praktischerweise, weil ich den sonst immer lange suchen muss. Weil er liegt eigentlich im Dokumentationsmenü unter Rendering, Animationen. Und da ist er hier bei 3D-Textur. Vergleichsweise gut versteckter Befehl, was man auch noch machen kann. Man kann auch die Richtung einstellen. Ich kann jetzt hier irgendwo hinklicken. Und dann heißt es, ich möchte den Winkel grafisch zum Beispiel bestimmen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Oder eben gleich numerisch einstellen. Ich mache es mal grafisch. Das heißt, ich klicke da hin und dann da. Und dann wird die Schraffur entsprechend gedreht. Auch hier wieder kann man bei dieser Schraffur nicht so gut erkennen. Gleich bei der anderen sehen wir es dann besser. Ich kann auch das Ganze wieder zurücksetzen. Und dann ist es wieder so wie vorher. So, jetzt eben zu der versprochenen richtigen Schraffur. Symbolschraffuren können, wie gesagt, selbst erstellt werden. Und natürlich wäre es super, ich könnte Fassadenmuster auf diese Weise machen. Und das geht natürlich auch. Ich muss nur versuchen, ein Grundmodul davon zu zeichnen. Und dann kann ich dieses Grundmodul kopieren und in meiner Schraffur-Erstellung, in meinem Schraffur-Dialogfeld einfügen. Jetzt habe ich hier sicherheitshalber ein Backstein-Viereck gezeichnet. Ich messe das mal kurz ab, damit ihr das seht. Das ist also 25 cm breit und 25 cm hoch. Ich weiß natürlich, dass es eigentlich Fugen gibt in einem Backsteinbild. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, in einer 1 zu 50 Ansicht müsste ich einen Backsteinverband zeigen. Dann würde ich den sicher ohne Fugen zeigen. Also nehme ich sozusagen das größere Modul. Das wären jetzt also 25 cm in x-Richtung, also 24 plus 1. Und in der y-Richtung habe ich drei Steine, die zusammen 25 cm ergeben. Also 3 mal 7,1 cm plus 2 mal 1,2 cm für die Lagerfugen. Und das ist jetzt quasi eine geometrische Schematisierung oder Vereinfachung. Jetzt geht es aber noch weiter. Ich brauche nicht alles das zu zeichnen für das Grundmodul. Für das Grundmodul reicht, wenn ich das hier wegnehme und das wegnehme und das wegnehme und das auch und auch das hier. Das reicht als Grundmodul für mein Ziegelsteinmuster. Jetzt kopiere ich mir das Ganze, STRG C, gehe zu meiner Schraffur-Abteilung. Dort gehe ich jetzt auf eine Symbolschraffur, irgendeine, und dupliziere die. Und nenne die allerdings jetzt Ziegel-NF, also Normalformat, und zwar HS. Das ist jetzt meins. Ich könnte auch ein Maß hinschreiben, 24, 7,1 oder sowas in der Art. Mache ich aber nicht. Okay. Und jetzt sage ich einfügen. Ja, ganz wichtig. Als allererstes, ich möchte gerne sofort, dass mein Muster auch wirklich eingefügt wird. Ich stelle es jetzt mal auf 100% Darstellung. Ich habe es ja richtig gezeichnet. Ich habe im Grundrissfenster die richtigen Maße benutzt. Man sieht die jetzt auch hier, 0,25, 0,167. Das ist also die Höhe von zwei Steinen plus diese einen Lagerfuge. Winkel 180 Grad, da trage ich jetzt mal 0 ein. Die Schraffur soll maßstabsabhängig sein. Das heißt, ich möchte gerne die gleiche Anzahl Ziegel haben in jedem Maßstab, logischerweise. Ich möchte, dass es für Deckschraffuren zur Verfügung steht. Ich möchte ja gerne, dass es auf der Außenseite von Wänden zu sehen ist zum Beispiel. Und ich möchte es nicht im Schnitt sehen. Deswegen kann ich das ruhig hier abhaken. Es wäre jetzt kein Beinbruch, wenn das angehackt bliebe, aber dann wäre es auch in der Liste für Schnittschraffuren, was theoretisch ja unnötig ist. So, ich habe also eine neue Schraffur erzeugt mit meinem selbstgezeichneten Modul. Alles, was ich jetzt tun muss, ist diese neue Schraffur in ein neues Oberflächenmaterial einsetzen. Dazu nehme ich einfach mal irgendeins und dupliziere das jetzt und nenne das Ganze Mauerwerk Ziegel. Gerne, aber Normalformat und zwar HS. Das Ganze ist eine Oberfläche. Okay, jetzt möchte ich gerne, dass die Hintergrundfarbe nicht dunkelbraun ist, sondern meinetwegen hellbraun. Das ist alles in Ordnung. Ein bisschen Spiegelung eigentlich nicht. Jetzt kommt meine Vektorschraffur. Da wähle ich jetzt diese Symbolschraffur aus, die ich eben erzeugt habe. Ziegel NFAS. Und die Textur brauche ich nicht. Also die Bitmap-Grafik, die jetzt da in diesem Originalmaterial, was ich gerade dupliziert habe, liegt, die brauche ich nicht. Deswegen wird es entfernt. Okay, jetzt habe ich also eine neue Oberfläche erzeugt mit meiner neuen Schraffur und jetzt brauche ich nur noch alle Wände auszuwählen und denen in der Infopalette diese neue Oberfläche auch zu geben. Mauerwerk Ziegel war das. NFHS Oberfläche, da ist es. Und dann sieht das Ganze so aus. Also ihr seht, man kann sehr wohl eine selbstgezeichnete Grafik auf eine Oberfläche bringen im 3D. Allerdings, und das ist eben wichtig, nochmal zur Erinnerung, funktioniert das Ganze nicht in der OpenGL-Darstellung, also in der normalen 3D-Darstellung. Dann sieht das Ganze nämlich einfach nur so aus in diesem Fall, weil meine Oberfläche keine Bitmap-Grafik enthält, sondern ihr müsst tatsächlich die Vektorgrafik nehmen. So, jetzt nochmal zum Thema Schraffurursprung. Man sieht schon, dass die Textur hier unten nicht richtig sitzt. Hier müsste eigentlich ein ganzer Stein sein an der Ecke. Deswegen nochmal mein Thema von eben. Die 3D-Textur kann man auch ausrichten. Ursprung bestimmt reicht in diesem Fall. Ich klicke einfach da unten auf diesen Punkt und da unten ist ein ganzer Stein und danach geht es mit einem halben Stein weiter. So soll es sein, weil meine Wand jetzt tatsächlich in diesem Mauerwerksmodul auch ihre Höhe bekommen hat. 2,75 Meter passt das auch hier in der Y-Achse. Jetzt sind wir fast am Ende. Ich will nur noch ganz kurz der Vollständigkeit halber die anderen Schraffurtypen kurz besprechen. Als erstes die unwichtigste überhaupt, die meines Erachtens überhaupt keine Rolle mehr spielt. Nehmen wir mal die Bildschraffur Fliesenmosaik Blau. Eine Bildschraffur ist im Grunde genommen nur eine Methode, ein Fotomodul auf eine Oberfläche zu bringen, in Form einer Deckschraffur. Das funktioniert nur bei Decken, Dächern und Schalen, also nicht bei Wänden zum Beispiel. Das stammt aus der Vergangenheit, als es noch keine Oberflächenmaterialien gab. Und ich würde dringend empfehlen, solche Dinge heutzutage nur noch über Oberflächenmaterialien zu regeln. Sprich, in einem Oberflächenmaterial, wie wir gesehen haben, eine Bitmap-Grafik einzubauen, wenn der Bedarf besteht und das nicht mit dieser sogenannten Bildschraffur zu lösen. Die Bildschraffur kann ich zum Beispiel gar nicht in Oberflächen einbauen. Das heißt, ich kann sie in Oberflächen schon mal nicht benutzen. Ich kann sie auf Wänden nicht benutzen. Insofern würde ich jetzt an dieser Stelle das Thema gar nicht vertiefen. Anderes Thema sind die Massivschraffuren. Die sind auch ganz einfach. Die kann man natürlich sehr wohl gebrauchen. Vor allen Dingen als Zeichnungsschraffur in einem Lageplan zum Beispiel. Die Sache ist unglaublich einfach. Hier steht Mischschraffur 25%. Die hat auch eine Deckkraft von 25%. Ich hatte in meinem anderen Video Schraffuren zeichnen gesagt, dass es sich dabei um das Verhältnis von Vordergrund zu Hintergrundstift handelt. Also ganz kurz, wenn ich auf Abbrechen gehe und hier mal die Schraffur auswähle, dann wisst ihr, es gibt einen Vordergrundstift und einen Hintergrundstift für jede Schraffur. Und das ist auch damit gemeint bei dieser Mischschraffur. 25% bedeutet, der Vordergrundstift ist zu 25% zu sehen und der Hintergrundstift zu 75%. Und entsprechend könnt ihr das hier einstellen. Man sieht auch noch die Varianten nur Vordergrund und Hintergrundstift. Die Sache ist eigentlich selbsterklärend. Das war es zum Thema Schraffuren editieren, selber kreieren. Und da waren vor allen Dingen die Vektorschraffuren und Symbolschraffuren von Bedeutung. Das war es zum Thema Schraffur.